und herzlich kommt zu einer neuen Folge hier in der wie euch vielleicht aufgefallen ist ist schon gut spät ich habe gut simulieren lassen alles das heißt jetzt haben wir müssen jetzt schnell das Gebäude kriegen ausgesucht aus Sicherheitsgründen wenn wir nächstes Mal so was wieder passiert weil vielleicht wollen wir ja auch noch ein bisschen Spaß haben ich weiß es nicht das heißt holen wir den mal in die Tasche so Machete auch raus hol die Schwachsene so fast 20 Uhr wir nehmen uns das Gebäude vor gut gesichert von mir damals wo ich sagen gut gesichert was ist nicht ist nicht Boah ich habe auch Schmerztabletten mit Nein das heißt ich muss schnell nochmal ich habe meinen ich habe nur ein Medikid mit ich brauche Schmerztabletten ich komme gleich ja nicht weglaufen ich komme gleich ich muss nochmal kurz Schmerztabletten holen ich tu mir leid ich muss nochmal Schmerztabletten holen 20 Uhr ich muss noch ein Gebäude quillen es wird stressig würde ich sagen weil wir haben jetzt Zeitdruck ich muss nämlich noch Sachen suchen habe ich vergessen Gott sei Dank haben wir den Lift so schnell 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 Bett sitzt wunderbar zack so zu wo sind Schmerzis Schmerz 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 Antibiotika nehmen wir alle mit mit alle was je alle was je trinken habe ich essen nicht das heißt fressen 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 das sollte reichen das heißt ab geht's Tür zu und runter mit uns Boah Stunts wieder hier von mir alles natürlich geplant ich lege gerne Stunts an mach auch gerne alles aus dem letzten drüber das ich würde doch schmerz den Schmerz wieder so jetzt sollten wir das ins Gebäude reinkommen ich nehme direkt mal die SMG-Nah Hand gut ich bin jetzt auf alles bereit was da kommt es ist es ist das es ist das tut wieder weh warum tut das denn immer so weh habe ich zeitdruck also stillhalten so reicht das Hallo, guten Abend. Feierabend. Ich hab viel zu viel Muni jetzt gerade hier verschossen, aber egal. So. Hopp. Zack. So baut man sich heutzutage hoch, wenn man nicht möchte. An der Wand, dass die Frames stehen bleiben. Dauert natürlich länger. Aber dadurch bleiben keine Frames stehen. Kann man natürlich selber entscheiden, was möchte man. Möchte man sich hoch bauen ohne das Frames stehen bleiben? Oder möchte man sich hoch bauen mit das Frames stehen bleiben? Hier ist alles super. Hier ist alles super, 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 super. Wunderschön. So. Haben wir irgendwas vergessen? Hm. Hab Durst. Das habe ich vergessen. Also nochmal ein Schlückchen hinterher. Ja. Direkt noch eins. Perfekt. Regenerieren wir uns. So. Hochheilen bitte. Ja. Ich will mal probieren, ob das mein Leben hochfällt. Nö. Gut. Schade um die Antibiotika. Aber wir müssen jetzt erstmal umsortieren. Na, das Jagdbewerb kann sich eine Tonne hochpfeifen. Also. Wie viel Schuss haben wir? Wir haben genug Schuss. Ihr nachladen. Das ist nachgeladen. Nachladen. Auch nachgeladen. Heißt. Schluck, Schluck. Und Blutdruckmessgerät ruhen. Bin sofort wieder da. Also. Kurz Stopp. Und ich komme sofort. So. Ich bin wieder da. Blutdruckmessgerät wird angelegt. Ich bin wieder da. Jetzt bin ich wieder ruhig. Für ein paar Sekunden. Ja. Tschöte. Tippung. Kl Kevin. Dansion. Im ordine. Glor. ön была. Behe без Mediotika. Zin Archive. Ansvolt saves. V 137 und 76 wunderbar aber er wird sagen um euch zu herrschen machen wir jetzt hier nur ein kurzes das heißt die wünschen noch einen schönen tag ja